Hallo, mein Name ist Sigi Poller und ich bin heute hier mit VIP-Stunts Matthias Schendl und wir spielen heute hier in Jülich eine Piraten-Stuntshow. Wir machen die Stunts, mischen uns mit unter die Piraten oder Soldaten und machen da die Kampf- und spielen auch selber mit und auch ein Pyrotechniker Sven Kühn aus Köln, der hier für die Pyrotechnik verantwortlich ist. Es gibt natürlich auch hier Fechtspezialisten aus der Tschechei und aus Frankreich und die machen ihre eigenen Choreografien. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig, weil sehr viele Leute hier in dem Stück mitspielen und darauf kommt es natürlich an, dass wirklich jeder weiß, wann, wo, was passiert. Eike! Und Bones! Verdammt, du passt auf dein loses Maul auf! kinda! Bones! Ja! 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 Da, so! Vielen Dank.